In diesem Video stelle ich Ihnen ein weiteres Beispiel für einen relativ einfachen Algorithmus, den wir mit einem Flussdiagramm betrachten werden. Es geht um Insertion Sort. Sortieralgorithmen, also Sorting Algorithms, sind sehr bekannt und sind verfügbar mittlerweile in fast allen Programmiersprachen sogar als Teil der Sprache selbst. Wir kennen sie aus den Listenfunktionen und Methoden, diese Sort und Sortet. Und Sortieren wird als einer der grundlegenden Aufgaben der Informatik betrachtet. Listen sortieren, irgendwelche Sachen zu sortieren, ist einer der absoluten Klassiker sozusagen in der Informatik. Insertion Sort ist wahrscheinlich die absolut einfachste, der absolut einfachste Algorithmus auf diesem Gebiet. Wie funktioniert das allgemein? Das haben Sie bereits teilweise als eine Aufgabe bearbeitet, aber vielleicht haben Sie es auch ein bisschen anders gelöst. Deswegen machen wir das hier nochmal. Insertion Sort oder das sogenannte Sortieren per Einfügen funktioniert total elementar. Man hat eine Liste, die man sortieren muss. Man erzeugt sich daneben eine zweite leere Liste und dann fängt man an aus der ursprünglichen Liste immer das minimale Elemente, das kleinste Element rauszuholen und in die andere Liste reinzutun und zwar immer am Ende. Das heißt, ich nehme erstmal das allerkleinste Element von der ursprünglichen Liste und tue es in der ersten Liste an der ersten Stelle. Dann nehme ich das zweitkleinste Element und tue es in der zweiten Stelle und so weiter und so fort, bis die ursprüngliche Liste leer geworden ist. Das heißt, ich muss nur aufpassen, dass ich wirklich die Elemente von den Listen tatsächlich umsetze, also einfüge und von der ursprünglichen Liste auch lösche, damit ich eben nicht durcheinander komme, was ist bereits da drin und was ist nicht da drin. In einem Flussdiagramm ausgedrückt sieht das folgenderweise aus. Die Liste ist unsere Eingabe. Dann erzeuge ich eine sortierte Liste, die erstmal leer ist, offensichtlich. Und dann kann ich bereits fragen, ist die ursprüngliche Liste leer? Es kann ja auch sein, dass jemand meine Methode oder meine Funktion mit einer bereits leeren Liste aufgerufen hat. Das wollen wir zwar nicht, müssen wir aber haben. Ist die Liste, also die ursprüngliche Liste bereits leer? Wenn ich sage ja, dann ist die sortierte Liste bereits das Ergebnis. Wenn es von Anfang an die Liste leer war, dann ist sortierte Liste auch leer, alles in Ordnung. Wie man die Elemente da rein kriegt, werden wir gleich sehen. Wenn die Liste noch nicht leer ist, dann mache ich ein bisschen Berechnungen. Und zwar, ich berechne erstmal das kleinste Element aus der ursprünglichen Liste und speichere es in Temp. Dann entferne ich dieses Element aus der ursprünglichen Liste und füge es in der neuen, in der sortierten Liste an letzter Stelle ein. Das heißt, das sieht so ein bisschen wie eine Schlange aus. Schlangen wissen Sie noch, wie es war. Ich tue es an der Ende der Schlange dann hinein. Wenn ich mit diesen Berechnungen fertig bin, dann gehe ich in einer Schleife weiter zurück auf die Liste leer abfrage. Das heißt, ist jetzt denn die Liste leer geworden? Das heißt, wenn ich zum Beispiel drei Elemente in dieser Liste hätte, in der ursprünglichen Liste, dann würde ich durch diese Berechnung genau dreimal durchgehen und danach wieder rausspringen und die sortierte Liste würde genau die drei Elemente wieder, die gleichen drei Elemente zwar enthalten, aber eben in einer sortierten Abfolge. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich das programmieren möchte in Python? Erstens ist es wichtig, wenn Sie sich ein Flussdiagramm bereits verschafft haben, entweder vom Internet oder Sie haben darüber nachgedacht. Sehr oft mache ich mir übrigens solche Flussdiagramme, wenn der Algorithmus etwas komplizierter ist. Hier sehen Sie schön, ich konzentriere mich eben nicht auf die Einzelheiten, wie ich das später programmieren werde, sondern ich konzentriere mich auf die Logik hier. Also was muss ich zuerst abfragen, was mache ich davor, was mache ich danach. Wenn ich mir das jetzt hier überlegt habe, wie zum Beispiel hier, dann kann ich in Spyder reingehen. Wie programmiere ich jetzt genau das Gleiche? Als erstes habe ich mir bereits schon was vorbereitet und zwar die Definition einer Funktion, die nennt sich Insertion Sort. Als einziges Parameter bekommen Sie unsere altehrwürdige Liste. Hier weise ich darauf hin, dass ich natürlich die gleichen variablen Namen benutzen werde, wie ich sie im Flussdiagramm benutzt habe, sonst komme ich durcheinander. Und ich habe mir so ein bisschen Testcode vorbereitet und zwar drei verschiedene Listen, die ich zuerst die ursprüngliche Liste ausdrucke, hier zum Beispiel, und danach das Ergebnis von Insertion Sort auf diese Liste. Ich speichere die Ergebnisse nicht, das ist jetzt im Moment hier und nicht unser Ziel. Wenn ich mir solche Testfälle selber baue, dann achte ich darauf, dass ich ein paar Spezialfälle dort abdecke. Das heißt, in diesem Fall habe ich erst mal eine Pi mal Daumen zufällige Liste mir ausgedacht, die ich dann wirklich sortieren möchte. Dann habe ich mir eine zweite Liste, die eben genau umgekehrt werden soll, um einfach zu testen, ob das genau das Richtige tut. Und dann habe ich mir eine Liste erzeugt, die bereits sortiert ist. Das ist auch wichtig, um zu kontrollieren, ob mein Code nicht irgendwas kaputt macht mit einer bereits sortierten Liste. Solche Fälle muss man immer abdecken, wenn man selber solche Testfälle baut. So, jetzt muss ich meine Methode, erstmal meine Funktion, erstmal implementieren. In meinem Flussdiagrammstand, ich muss erstmal mir die leere Liste erzeugen. Also werde ich sortierte Liste gleich List machen, damit bekomme ich eine leere Liste. Als nächstes kommt bereits meine While-Schleife oder eben meine Schleife. Jetzt habe ich natürlich die Wahl zwischen einer While-Schleife und einer For-Schleife. Da ich eigentlich die Anzahl der Elemente aus der Liste kenne, könnte ich auch eine For-Schleife einsetzen. Weil ich aber in meinem Flussdiagramm eher eine While-Schleife gezeichnet habe, weil sie eben überprüft hat, ob Liste leer ist, dann werde ich das einfach hier übernehmen. Das heißt, ich werde hier schreiben, While Length auf Liste ist unterschiedlich als 0, ist eben nicht 0, dann mache ich folgendes. Temp, genau diese drei Zeilenberechnungen, die ich dort hatte, Temp ist gleich Minimum von Liste. Dann werde ich sagen, Liste, er hilft mir bereits, remove, da ist es, und zwar Temp, und dann in die sortierte Liste rein, und zwar mit Append, damit es an letzter Stelle kommt, werde ich das Temp reintun. Und das war's. Die While, diese drei Berechnungen sind genau drei Zeilen geworden, das ist natürlich praktisch, das ist nicht bei allen Programmiersprachen das Gleiche. Und Sie merken bereits, da ist tatsächlich ein Unterschied zwischen diesen drei Zeilen, wie sie genau ausgeschrieben werden, wie zum Beispiel steht hier remove und append. In meinem Flussdiagramm dagegen steht da remove und mit zwei Parametern und insert last. Das heißt, es ist nicht eins zu eins, was ich dort schreibe. Natürlich tendiert man aber dazu, wenn man sehr viel mit Python zum Beispiel arbeitet oder mit C oder mit einer anderen Programmiersprache, dass man die gleichen Funktionen tatsächlich auch direkt hier benutzt. Das ist vollkommen in Ordnung, Sie müssen aber darauf aufpassen, dass andere das mitlesen können. Also Ihre eigene Funktion, Ihre eigenen Methoden sollten Sie da etwas vorsichtiger benutzen. Zurück zu unserem Spider. So, jetzt muss ich aber natürlich irgendetwas auch zurückgeben, denn sonst wird ja auch meine Printfunktion nicht funktionieren. Ich muss sortierte Liste zurückgeben. So, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann sollte es jetzt eigentlich auch funktionieren. Überprüfen wir mal. So, die erste Liste ist 3, 4, 5, 2, 1, 9, 0, 1 und die wurde sortiert mit 0, 1, 1 und so weiter und so fort. Ich sehe sofort, okay, die haben die gleiche Anzahl von Elementen. Die 1 kam zweimal vor. Hier kann ich es auch überprüfen. Es sieht vollkommen richtig aus. Die Liste, die genau umgekehrt war, ist jetzt genau andersrum geworden, wieder richtig sortiert. Und die Liste, die bereits sortiert war von 0 bis 1, die ist jetzt auch immer noch genau richtig. Und alle drei Listen haben eine unterschiedliche Länge. Damit beweise ich so eine Art und Weise, dass meine Funktion eben auch mit verschiedenen Längen arbeiten kann. Das sind so Kleinigkeiten, die später für Sie natürlich klar und deutlich werden, ob man jetzt irgendwie mit der Länge das festgebacken hat im Algorithmus oder nicht. Aber es ist eben wichtig, solche Fälle tatsächlich zu überprüfen. Und auf diese Art und Weise habe ich Ihnen jetzt auch gezeigt, wie ich normalerweise programmiere. Wenn ich ein Problem habe, eine neue Berechnung, die ich mir noch nicht so richtig überlegt habe, wie soll das funktionieren, dann überlege ich das tatsächlich anhand von einem Flussdiagramm. Und den Flussdiagramm bastle ich dann um in einen richtigen Programmcode. Ob es jetzt Python oder C ist, ist eigentlich vollkommen egal. Und jetzt wissen Sie übrigens auch nebenbei, was Insertion Sort ist. Dankeschön.